Der Mänenspringer, auch als Mänenschaf, Berberschaf oder A.O.O.D. bekannt, ist eine im nördlichen Afrika beheimatete Säugetierat der ziegenartigen Merkmale. Gestaltlich steht der Mänenspringer zwischen Schafen und Ziegen. Er erreicht eine Kopfrumpflänge von 1,3 bis 1,7 Metern, eine Schwanzlänge von 15 bis 25 Zentimetern und eine Schulterhöhe von 75 bis 110 Zentimetern. Männchen wiegen 100 bis 145 Kilogramm und sind somit deutlich schwerer als Weibchen, die 40 bis 55 Kilogramm auf die Waage bringen. Das Fell ist beigebraun bis rötlichbraun gefärbt, das Kinn ein Streifen am Bauch und die Innenseite der Beine sind weißlich. Namensgebendes Merkmal sind die langen Haare an der Kehle, die sich auf die Brust und Manschettenartig um die Vorderbeine herum erstrecken und manchmal bis auf den Boden reichen. Bei den Männchen sind die Kehlhaare deutlicher ausgeprägt, außerdem wirken Kopf- und Körperbaumaßiger. Beide Geschlechter tragen Hörner, die der Männchen werden jedoch etwas größer. Sie krümmen sich halbkreisförmig über dem Rücken und können bis zu lang werden. Verbreitung und Lebensraum Mänenspringer leben im nördlichen Afrika. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Marokko und der Westsahara bis Ägypten und in den Sudan. Ihr Lebensraum sind Wüsten und Halbwüsten, wo sie vorwiegend felsige, trockene Regionen bewohnen. Lebensweise und Ernährung Mänenspringer sind ausgezeichnete Kletterer und wie viele Wüsten bewohnende Tiere vorwiegend dämmerungs- oder nachtaktiv. Da es in ihrem Lebensraum keinen pflanzlichen Sichtschutz gibt, bleiben sie bei Gefahr reglos stehen. Sie leben in kleinen Gruppen. Diese bestehen aus Weibchen mit ihren Jungen, die von einem einzelnen Bock geführt werden. Dieser erkämpft sich das Recht zum Führen der Herde gegen Konkurrenten, die sich zu einem Duell stellen müssen. Bei denen die Tiere mit den Hörnern aufeinanderprallen, sie ernähren sich von Gräsern und Blättern von Wüstenpflanzen. Sie können wochenlang ohne Wasser auskommen und leben dann nur vom Tau und von den Pflanzen eigenen Säften. Wenn sie allerdings Wasserstellen finden, trinken sie ausgiebig und baden sogar, wenn dies möglich ist. Fortpflanzung Die Paarung kann das ganze Jahr über erfolgen, fällt aber meist in die Monate September bis November. Nach einer rund 160-tägigen Tragzeit kommen zwischen März und Mai ein oder zwei Jungtiere zur Welt, selten auch Drillinge. Jungtiere sind Nestflüchter und können bald nach der Geburt klettern. Nach drei bis vier Monaten werden sie entwöhnt, die Geschlechtsreife tritt mit rund 18 Monaten ein. In menschlicher Obhut können sie 20 Jahre alt werden. Mähnenspringer und Menschen In der Sahara werden Mähnenspringer von jeher von den Einheimischen gejagt, da sie wichtige Lieferanten von Fleisch, Fällen, Leder und Sehnen sind. Durch die veränderten Jagdmethoden mit Schusswaffen sind die Bestandszahlen in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Weshalb die Art von der Iusien als gefährdet geführt wird, die ägyptische Unterart A. El Onata, die bereits als ausgestorben galt, wurde Ende des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Mähnenspringer wurden im frühen 20. Jahrhundert in Kalifornien, New Mexico und Texans eingeführt. Dort sind sie inzwischen heimisch geworden und zählen mehrere tausend Tiere. Naturschützer befürchten, dass sie sich weiter ausbreiten und dem in Nordamerika heimischen Dickhornschafen Konkurrenz machen könnten. Auch in der spanischen Sia Aespuna lebt eine eingeführte Population von Mähnenspringern. Systematik und Benennung Die engere Verwandtschaft des Mähnenspringers ist ungeklärt. Er lässt sich mit einer Hausziege kreuzen, hat aber sowohl Ziegen- als auch schafsartige Merkmale. Es besteht unter Zoologen momentan ein breiter Konsens, ihn einer eigenen Gattung Amotragos zuzuordnen. Der Name Amotragos kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich Sandziege. Die Bezeichnung Mähnenspringer wurde von Bernhard Grimeck eingeführt. Der den zuvor gebräuchlichen Namen Mähnenscharf für unpassend hielt, inzwischen hat sie sich im deutschsprachigen Bereich allgemein durchgesetzt. Anders als manche wieder verschwundene Benennungen wie Mähnenziege oder Afrikanischer Tour. Der vor allem im englischen Sprachraum gebräuchliche Name Aouda kommt aus einer Berbersprache.